So, jetzt geht's weiter mit dem Let's Play von Pixelmon, unserem, ja, interaktiven Wunsch-Let's Play. Ich habe ja unten noch hingeschrieben, unter dem Part, ja, was man so alles machen kann. Dort ist ein Turtog. Turtog, gewinne den Kampf. Ja, und eben in der vierte Zeit irgendwas wünschen. Soll ich Pokémon Center bauen, soll ich eine Safari Zone bauen und so weiter und ja, ich werde mal schauen, wie gut der Vorschlag so ankommt und werde es einfach so ein bisschen in der Reihenfolge machen, wie er es so ankommt und so weiter und dann kommt es vielleicht öfter im Let's Play vor. Ja, und ich wollte ja schauen, was dort hinten ist. Es müsste so ein See, ein Schrein sein oder nicht mit deren Schrein oder so. Sieht ja mal richtig cool aus. Ähm, See. Ja, sieht so wie Eis aus oder so. Komm, bitte jemand gewinnen. Was ist jetzt? Könnte nicht mehr kämpfen im Wasser oder was? Ah, jetzt hat wieder einer geschlagen. Also der Turtog hat wieder geschlagen. Schade, dass noch nicht die Attacken drin sind. Das würde nämlich mega cool aussehen. Und jetzt ist er tot. Da hat er irgendwas hinterlassen. Schade, wahrscheinlich nur wenn ich sie besiege, dass es den Wasserstein schadet. Oder einfach ein Ohr, ein Erz. Okay. Also, dann schauen wir mal da drüben. Okay, hier ist eine Insel. Und, ähm, da drüben vorne auch irgendwas, so. Ein Hut-Hut ist da oben. Autoball. Okay. Ja, schön, dass er auch alte Ähm, Pokémon noch viel drin hat. Nicht nur die neuen. Das sind die neuen Edition. Mag ich es zum Beispiel nicht so. Was könnte hier drin sein? Nicht ertrinken, nicht ertrinken, nicht ertrinken, nicht ertrinken. Ja, Goldini, genau. Nicht ertrinken, Goldini. So. Zumachen. Gut. Ja, was ist jetzt hier? Ein Pokéball. Eine Pokétruhe, okay. Hallowood Water Game. Also, ich habe es jetzt so eingerichtet, dass die Tempel einfach immer wieder besuchbar sind und wieder ein Hallowood Water Game oder so, dass es rauskommt. Ich könnte es ja mal testen. Einfach nochmal draufdrücken. Aha, du hast es schon. Okay. Das ist also nur für die anderen dann. Okay, dann ist es sowieso gut. Weil, ähm, ich möchte nicht, dass nichts mehr drin ist und einfach es in Vergessenheit gerät und so. Ist das ein anderes Goldini? Goldini, Goldini, Goldini. Ein anderfarbiges Goldini. Goldini. Ah, das sind die Gegner. Es gibt verschiedenartige und farbige, ähm, Pokémon noch. Und die sind bestimmt stark. Das sind so, ähm, Bossmonster, verschiedene starke Bossmonster. Ja, das kann ich natürlich noch nicht besiege. Die sind immer stärker als andere. Okay, hier ist ein Birkenwald. Und da drauf ist irgendwas noch. Das scheint so ein... Ja, das sind da diese schalengrößten Pokémon da. Oh, eines meiner Lieblings Pokémon, ähm... Ähm, wie heißt das jetzt schon... Ja, Kanimari, Ikku, irgendwas. Und dann Tornu... ähm... Tornupto ist, glaube ich, dann die letzte... Ich weiß jetzt nicht genau. Das ist doch von... vom anderen, vom Feuillen. Ich glaube, das ist vom Feuillen. Ah, ähm, ja. Ja, ich kann eben die zweite Generation Pokémon nicht so... Ähm... Tyrakrok... Das ist jetzt nicht... Ah, ist das schön. Mal schauen. Tyrakrok, doch richtig. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es Tyrakrok heißt. Aber ich habe es irgendwie richtig gehabt. Ein Ratzfratz. Ja, irgendwie. Die sind auch so klein. Mit wem kämpft der? Und wer hast du besiegt? Hast du irgendwas hinterlassen? Meine Katze hat... Meine Katze wirft Sachen auf den Boden. Das möchte ich. Das möchte ich kurz besiegen. Mit Rauchwölfen zuerst. Das macht, dass der Gegner nicht so gut treffen kann. So, Tackle, Glut, die Tackle ging neben, ruckzuck, traf. So. Level 12. Karpel plus 2, die anderen 1. Schade. Noch nicht so weit. Aber das ist nicht so gut mit dem Feuer-Pokémon-Damm. Nein, lieber noch nicht. So, ich muss hier drüben hin. Oh. Level 12. Genau, das wollte ich provozieren. Wieso greifen die eigentlich immer sofort an? Früher greifen die nicht immer sofort an. Das ist ein bisschen unfair geworden. Hm. Also, Reparier. Oder Heilernäher. So. Dankeschön. Dann besiege ich das. Netherpod. Puh. Super effektiv. Okay. SP-Angriff plus 2, initiativ, plus 2. Karpel. Sehr schön. Schaue ich mal, was man hier so für Bären schon mal klicken kann. So. Die brauche ich ja nicht. Ich brauche die roten. Und, ähm, Eisenbahn brauche ich noch. Dann holen wir jetzt mal Eisenbahn. Ich wollte hier nicht, ähm, sortieren. Ähm, also, die Höhle war ja nicht. Ja, hier unten irgendwo. Okay. Er ist so spät. Kann ich noch viel und kurz. Oh. Du bist ein Trainer. Ah, du bist auch ein Trainer. Lasst uns zusammen kämpfen mit den Pokémon. So. Ein Taubsee-Sandwirbel. Hat auch getroffen wahrscheinlich. Beide haben nicht getroffen. Also. Es geht zu schnell. Es geht zu schnell. Es geht zu schnell. Okay. Ein nächstes. Ein kritischer Treffer. Das ist nicht so gut. Was? Lass mich in Ruhe. Wie viel Pokémon hat das? Wie viel Pokémon hat der Trainer? Zubat. Zubat. Nochmal das Rauchwolke. Mistet. Gut. Blut. Komm, jetzt treff. Wieso trifft denn das nicht? Hä? Komm, jetzt trif. Traufen. Und jetzt kommt Tapitak. Traumander. Eigentlich möchte ich ja nicht so hoch leveln. Aber ich möchte unbedingt Glutaxa haben. Oh, jetzt kommt noch Knacklion. Bitte keine Wasserzacke. Wo ist eigentlich Knacklion hier? Sieht das aus. Oh, gute Verteidigung. Scheiße. Was? Wahrscheinlich wegen... Ja, okay, gut. Gut, ich habe verloren, weil ich nie getroffen habe, weil die ganze Zeit Sandwirbelung gesetzt hat. Und jetzt geht es wieder nicht. Bitte, bitte. Nicht buggen. Oh, bitte, bitte. Das ist ein Frech. Also, das ist Frech. Wieso ist das so verbuggt? Früher war das nicht so verbuggt. Slash. Exit. Nein. Das gibt es übrigens auch nicht. Ich komme nicht raus aus dem Kampf. Ja, ich weiß es nicht. Das ist nur ein Serum. Wie viel... Wie viel... Ah, lalala, lalala, lalala. Lalalala. Also, wie wir sind bei 20. Kurz Aufnahmestopp. So, also, ähm, ja, da hat er zu viel Pokémon noch. Dann hat er noch 20 Leben. Ähm, ja, und es ist kaputt. Und, ähm, ja, O-T-Trainer, okay. Zufriedenheit, 101, Wesen, Adamant, Nummer 4. Ähm, wie kommt man zurück? Da unten. Ich komme nicht zurück. Jetzt. So. Benutze ich den jetzt für das Fenster mal. Ah ja, eigentlich kann ich das wieder ausmachen. Option, nee. Deaktiviert. So, genau. Jetzt sieht es wieder besser aus. Ähm, ja, eben. Wieso habe ich jetzt wieder auf Leicht? Ich will nicht auf Leicht haben. Nein, nicht im Laden. Nein, nicht leicht. Friedlich, danke schön. Weil, eben, das Pokémon-Spiel, der Pokémon-Mod, ist im Leicht-Modus eigentlich so gemacht. Und nicht im Fried-, im Einfach-Modus. Nein, also, nicht im Leicht-Modus, sondern in Peaceful gemacht. Nicht im Leicht. Also, hätte ich gedacht, dass der 5, oder 6 Pokémon hätte, dann hätte ich wahrscheinlich besser vorbereitet und danach gewinnen können. Aber, ja, kann man nichts machen. So, wir schauen uns mal nach ein paar Ärzten herum. Damit wir einfach, ja, schon ein paar Ärzte. ein paar Poké-Bälle kräften können. So, hier mal ein bisschen Kohle. So. Was ist das? Ah, dick da. Dick da, dick da, dick da. Ah, also es wird uns aufgefüllt. Ja, jetzt ist es kaputt, jetzt können wir das hier hin, nein das hier, so, schauen wir uns weiter nach, scheinen wir weiter um hier, da ist Gold, das können wir mitnehmen. Ich weiss nicht, ob wir Gold auch für Pokémon brauchen, aber wir nehmen es mal mit. Sonst machen wir einfach Goldblöcke oder so. Und ich muss jetzt nochmals ein bisschen lauter machen, also bei mir ist es irgendwie so, dass Minecraft immer leiser wird, wenn ich es wieder neu installe. Nein, das ist kein Lava in der Nähe, ich dachte es wäre ein Lava in der Nähe. Vielleicht ist es auch noch von oben gewesen. Hm, also wir machen weiter, wir gehen jetzt auf die andere Seite wieder und bauen dort dieses Bergsheed ab. Hallo? Da oben ist zum Beispiel noch eins. Sehr gut. Ähm, hier ist noch ein bisschen Kohle. Können wir auch noch ein bisschen abbauen. So. Also Pixelmon ist so ein Mod, also es ist ein bisschen schwer am Anfang zu verstehen, weil die Pokémon sind ein bisschen empfindlicher und sie wird natürlich schneller aufsteigen, viel viel schneller. Das ist für mich zwar ein bisschen negativ, weil ich gerne lange ein Pokémon trainiere, aber dann später ist es einfach viel cooler, weil man dann immer wieder richtig hohe Pokémon hat, die einfach Spaß machen und ja, da nicht immer ewig kämpfen muss, bis Level 100 ist. Aber am Anfang könnten sie es auch ein bisschen weniger schnell malen. Das ist klar. Da ist noch Bauxite. So, einen Eimer habe ich leider noch nicht. Könnte aber einen machen. Ja, da mache ich gleich mal einen Eimer. Vielleicht brauche ich dann mal, ähm, dazu mache ich hier eine Werkbank, so. So. Das wieder mitnehmen. Und hier das Wasser mitnehmen. Ich habe immer gern Wasser dabei. So, jetzt ein paar Fackeln machen. Genau. Sehr gut. Was ist, wenn ich jetzt dich rausnehme? Du leuchtest nicht. Schade. Du, das sieht so geil aus mit dem Gelben. Ich mag es so gelb. Ja, genau. Charmander. Charmander. Wow. Du weißt kein Mander, aber lassen wir es. Du bist halt Englisch. Frischheit. Wow. Das greift mich sicher an. Sediment. Sediment. Ich grabe mich einfach rings um. Ich grabe mich rings um. Ich grabe mich rings um. Was? Kann man die nicht noch laut machen? Ich möchte einfach nur sie lauter haben. So geht das eigentlich nicht. Da muss man ganz in der Nähe sein um es laut zu hören. Das ist ein bisschen blöd. Hm. Rampstone. Ah. Ich liebe Chisel. Da hat man so schnelle Wege. Und die sind dann richtig gut zum Vorwärtskommen. Aber dafür brauchen wir sehr viel Gravel. Gravel haben wir noch nicht. Gesamt. Nein. Weil ich möchte noch testen, ob das Spiel abstürzt, sonst muss ich eine bessere Chisel-Version runterladen. Meisel. Okay. Wir könnten kurz mal schauen. Einfach mal kurz, weil es mir interessiert. Meisel. Das da? Ne, glaube ich nicht. Ähm. Chis. Das ist kein Chisel. Da. Schis. Von Pixel und ein Chisel. Okay. Wenn man hier R drückt. Das ist sortieren. Und hier R. Man kann es irgendwie nicht herstellen. Also es wird nicht angezeigt. Ich möchte gerne noch Tastenbelegung. Inventar. R. Rezept. Sollte schon R sein. Aber sortieren will ich wegmachen. Sortieren. Hm. Steuerung. Sortieren. Da. Hm. Da. Grave. So. Gut. Mal schauen. Mal schauen. Ich möchte nicht immer das Inventar sortiert haben. Ich will einfach auf den Knopf drücken. Dann sortiert. Aber ne. Ich dauerte mal. Also. Ohne dass ich es will. Ja. Toll. Jetzt weiss ich nicht wo die Treppe ist. Aber die muss doch irgendwo hier sein. Frechheit. Oh. Oh. Gravel hat gelegt und dann plötzlich kommt das runter. Ok. Jetzt können wir hier ein bisschen Gravel abdauen. So. Ehm. 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 Den Trick. Gravel Abbau. Also Fall Ding. So. Den Trick hatte ich schon früher gehabt. Also es ist im Wiki stand oder so. Und ähm. Das war noch Indef damals. Ja. Und ich verwende es eben noch. Wahrscheinlich verwenden wir es die wenigsten noch. Ab so lange als ich keine Schaufel habe, ist das so schnell. Und Schaufel machen wir sonst nur kaputt. Aber es bringt uns zum Leggen. Das Spiel zum Leggen eher. So. Sehr viel Gravel. Oh. Hier hat es noch Backseidshacker. Also machen wir hier noch eine Fakke. Backseids mit Eisenspitzhacker bitte. So. Hier nochmals. Das ist keine Ahnung. Ich glaube ich hätte es gehört. Aber es war keine Ahnung. Keine Ahnung. Es war. Kein Blubbern. So. Mal kurz schauen. Okay. Noch 8 Minuten. Ja. Sag ich 10 Minuten. Ja. Kurz Pause war mit dem Magsturz. Also wegen dem nicht reagieren nach dem Kampf. So. Also. Ich möchte gerne hier drüben. Weiter. Ich hoffe ich komme dort noch hin. Hm. Ja. Hier ist es. Genau. Okay. Okay. Hätte ich gar nicht so weit rüber müssen. Aber jetzt. Schon wieder dunkel. Ja. Gute Ausbeute. Können wir gleich ein bisschen Kribbel. zum Testen. In den Ofen schieben. In den Ofen schieben. Aber ich mache nicht allzu viel. Ich brauche auch nicht allzu viel. So. In den Ofen. Da ist der Ofen. Was ist denn das? Awebrack. Ähm. Da. So. Da möchte ich gerne eine Spitzhacke. Die werde ich noch kurz verwenden. Ähm. Ja. Muss ich nochmals runter. Einfach so, dass wir die beendet haben. Ich habe nicht so gerne angefangenes Zeug in der Kiste. Das ist nie mehr gleich. Was? Hebrack. Okay. He. Englisch ist nicht so. Ähm. Ja. Die englischen Sprache. Es gab es nicht so. Gut. Erkennbar. Die englische ist besser mit ihrem. Pikachu. Und im englischen. Pikachu. He. He. Was ist denn da so richtig anders? Ist dort ein Ding? Oh nein. Es ist eine Rose. Ein Rosenbusch. Also. Ich. Ja. Konzentrate. Und das Konzentrate macht uns dann ein bisschen schneller. Das werde ich jetzt hier mal verwenden. Am besten hier. Seht ihr? Man ist also schneller. Wupp. Ich. Ähm. Ich. Tue gar nicht. Ähm. Rennen oder so. Sie sind einfach schneller. Seht ihr? Einfach schneller. Das ist so geil. Also. Aus denen mache ich die Wege. Einfach möchte ich sie auch ein bisschen schwarz haben. Ich weiss aber nicht genau. Wie. Äh. Schwarz. Konzentrate. Da das Schwarze. Wie geht das? U. R. So kann ich das nicht machen. Sonst kann ich doch immer zu schauen. Wie die Rezepte gehen. Oder muss ich irgendwie. Das ist Tooltips. Das können wir anmachen. Das ist gut. Rezeptmode. Rezept. Muss ich nur mal sonst drücken. Rezeptmode. Irgendwie geht es gerade nicht. Keine Ahnung. Ähm. ich weiß es nicht erweitert regex ich möchte nur kurz hä weshalb geht denn das nicht was wenn das eben das hier hab ich mir kein Profi ich möchte kein Profil momentan vorheriges Rezept Nutzung Rezept, das ist ja R fokussiere Suchleistung falsch falsch okay ich weiß es nicht wie es geht gerade aber wahrscheinlich muss man es zusammengriften also dann schauen wir da mal irgendwie so zusammengriften so also ich schau dann einfach mal wie es geht weil ich möchte gerne auch schwarze Straßen deshalb nehmen wir das mal raus sonst brauchen wir zu viel Kohle tun Eis dafür rein Concentrate Limestone die nehme ich mit die Wirkbench das nehme ich rein Backseat möchte ich ja noch Ofen tun so das hier so und jetzt was brauche ich noch eine Schere oder so eine Schere brauchen wir jetzt hier nicht ich möchte noch ein Ofen Mache ich noch zwei Elfen so dann hier auch ein bisschen Kohle rein okay komisch ja was bräuchten wir noch aus Eisen Eisen Kuh Custom ein bisschen so geil genau Eisenscheibe jetzt muss ich noch rote packen ja was ist was ist jetzt los ah da darf ich nicht drauf kommen okay ich muss es oben rein tun genau die nehme ich auch jetzt muss ich kurz schauen geht das jetzt hier so geht es aber ich möchte gerne Uh Aluminium Hammer genau brauche ich so ich brauche noch eins genau jetzt brauche ich noch einen Amboss ähm den da okay viel Eisen ich brauche mehr Eisen okay schade wir können kein Ding bauen da müssen wir nochmals runter okay schauen wir noch ein paar Minütchen mhm wieso ist er so grau ist das ein bestimmter scheinbar nicht komisch komisch Rauchwolke Glut Burned ist er okay Glamander feinted Recki wird ein Ei ah ich sage sie schon ich hätte ein Pokémon Ei bekommen okay ein Kadabra gegen ein Knofenzer Kadabra ist gestorben oder ist geflohen Bellsprout war Spellbrout oder was okay den Busch möchte jetzt wieder hier weg haben ich tu ihn jetzt dann so also das habe ich dann wieder also wir brauchen einen Amboss ich werde vielleicht Hühner züchten genau dafür brauche ich hier einfach noch ein paar Körne und wir machen jetzt noch kurz kamen auch aus dem ja okay ähm ja so und jetzt einfach dass wir hier noch ein bisschen Garten anfflanzen können so also dann Dankeschön fürs Zuschauen und ja bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal jusqu bis zum nächsten Mal am